Herzlich willkommen zum Beispielvideo zur Konvexität. Hier werden wir die Kurvendiskussion, die im zweiten Beispielvideo zur Differentialrechnung begonnen wurde, fortsetzen. Also, sei f von r ohne minus 1 nach r definiert durch f von x ist x² durch in Klammern x plus 1 zum Quadrat. Berechnen Sie f2' also die zweite Ableitung von f. Untersuchen Sie, wo f konkav bzw. konvex ist. Ermitteln Sie die Wendepunkte. Skizzieren Sie den Graphen von f. Also, um f2' zu berechnen, brauchen wir natürlich f' und die Ableitung von f haben wir letztes Mal schon berechnet. Und die war 2x durch in Klammern x plus 1 hoch 3. Da wir hier wieder einen Bruch haben, den wir ableiten müssen, benutzen wir die Quotientenregel, die ich hier noch einmal zur Erinnerung aufgeschrieben habe. Natürlich muss man im Zuge dessen auch noch einmal die Differenzierbarkeit von unserer ersten Ableitung kontrollieren, um zu wissen, dass die zweite Ableitung tatsächlich existiert bzw. wo sie existiert. Wir sehen, wir haben hier eine ganz einfache lineare Funktion im Zähler stehen und im Nenner haben wir x plus 1 in Klammern hoch 3. Beide Funktionen sind erstmal als solche differenzierbar und wir haben auch, dadurch, dass wir sowieso schon die Definitionslücke bei minus 1 ausgeklammert haben, haben wir auch immer unsere im Nenner stehende Funktion ungleich 0. Damit ist also f' differenzierbar und die zweite Ableitung existiert auf dem gesamten Definitionsbereich. Wenn wir jetzt die Quotientenregel anwenden, dann haben wir 2 mal x plus 1 hoch 3 minus 2x mal 3 mal x plus 1 zum Quadrat und das teilen wir durch den Nenner zum Quadrat und zwar x plus 1 hoch 6. Man kann hier sofort erkennen, dass x plus 1 zum Quadrat überall vorkommt und man das somit wegkürzen kann. Also fällt das hier einmal komplett weg, hier fällt das hoch 3 weg, es bleibt hoch 1 und hier wird aus hoch 6 ein hoch 4. Wenn wir die Terme im Zähler jetzt zusammenfassen, dann bleibt minus 4x plus 2 und unten im Nenner bleibt x plus 1 in Klammern hoch 4. So, wir haben jetzt also unsere zweite Ableitung und nun müssen wir uns nochmal an den Zusammenhang zwischen der zweiten Ableitung und Konvexität erinnern. Also wir erinnern uns, f ist konvex auf i genau dann, wenn f' größer gleich 0 auf i ist und f ist konkav auf i genau dann, wenn f' kleiner gleich 0 ist auf i. In den Fällen, wo wir echt größer oder echt kleiner vorliegen haben, folgt strenge Konvexität bzw. strenge Konkavität auf dem Intervall. Um herauszufinden, wo unsere Funktion also konvex und konkav ist, müssen wir uns die Intervalle betrachten, wo die zweite Ableitung größer gleich 0 bzw. kleiner gleich 0 ist. Also zunächst schauen wir uns den Nenner an und wir sehen, dass natürlich x plus 1 hoch 4 immer größer als 0 ist, da wir ja unsere x nicht als minus 1 nehmen, da dort eine Definitionslücke von unserer gesamten Funktion vorliegt. Das heißt, letztlich entscheidet unser Zähler darüber, ob unsere zweite Ableitung positiv oder negativ ist. Wir schauen uns zunächst den Fall an, wo minus 4x plus 2 größer gleich 0 sein soll. Das ist äquivalent zu 2 ist größer gleich 4x und dann können wir durch 4 teilen und 4 ist positiv, das heißt, das Ungleichheitszeichen bleibt gleich und wir erhalten 1 halb ist größer gleich x. Analog erhalten wir für den Fall, dass minus 4x plus 2 kleiner gleich 0 sein soll. Das 1 halb kleiner gleich x ist. Um jetzt die Intervalle herauszufinden, wo unsere Funktion konkav bzw. konvex ist, müssen wir nochmal beachten, dass wir ja eine Definitionslücke bei minus 1 hatten. Das heißt, die Intervalle, die wir betrachten wollen, sind i1 gleich offenes Intervall von minus unendlich bis minus 1, i2 offenes Intervall von minus 1 bis 1 halb und i3 offenes Intervall von 1 halb bis unendlich. Da ja das Vorzeichen der zweiten Ableitung allein abhängig vom Zähler der zweiten Ableitung ist, können wir also aus diesen beiden Zeilen schließen, wo die Funktion f konvex und konkav ist. Da für alle x kleiner gleich 1 halb der Zähler positiv ist, folgt also, dass die zweite Ableitung positiv ist, sowohl auf dem Intervall i1 als auch auf dem Intervall i2. Außerdem wissen wir, dass für alle x größer als ein halb der Zähler negativ ist und somit ist die zweite Ableitung kleiner gleich 0 auf i3. Wir sehen also, dass f konvex ist auf i1 und i2 und f konkav ist auf i3. Außerdem können wir erkennen, dass der Punkt 1 halb, x gleich 1 halb, eine Sonderstellung hat, da wir, wenn wir von 0 kommen, die Funktion konvex haben in Richtung 1 halb und ab 1 halb die Funktion konkav ist. In x0 gleich 1 halb wechselt die Funktion f also ihr Konvexitätsverhalten und es liegt ein Wendepunkt vor. Da das Konvexitätsverhalten sich sonst nicht weiter ändert, gibt es auch keine weiteren Wendepunkte. Was das Zeichnen des Graphens angeht, machen wir es uns einfach und erinnern uns einfach an die Zeichnung, die wir letztes Mal schon gemacht haben. Wir hatten dort ja das Grenzverhalten bestimmt, die Monotonieintervalle und haben ein lokales Minimum gefunden. Daraufhin ist unsere Zeichnung wie folgt ausgefallen. Man sieht, dass wir schon die Konvexität auf dem Intervall i1 hier drin haben und wir haben hier auch Konvexität und hier haben wir Konkavität. Das Einzige, was fehlt, ist der genaue Ort des Wendepunktes. Wir sehen auf der alten Zeichnung, dass der Wendepunkt hier irgendwo sein müsste, aber tatsächlich ist er ja bei 1 halb und zwar ist 1 halb hier ungefähr. Wir passen nun also unsere Zeichnung an. Der Unterschied ist tatsächlich nur minimal, aber man sieht, dass jetzt doch eher hier der Wendepunkt liegt und nicht weiter links von 1 halb. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Schaut euch auf jeden Fall auch die anderen Videos der Reihe an.